Vielen Dank, Frau Otto. Ich begeke mich nicht gern. Ich bin, wenn auch nächstes Jahr auf die 60 zugehend, immer noch der Jugenddezernent in dieser Stadt. Und deshalb auch verantwortlich für dieses Festival. Ich darf erstmal allen Beteiligten an der Diskussion hier danken, dass wir wieder hier zusammengekommen sind. Wir haben viel mitgenommen, auch im Gespräch. Ich bin mal ein bisschen rumgegangen, da nimmt mir auch das eine oder andere mit, wo die Leute sagen, wir haben so recht. Das kann man auch ändern. Es gibt auch Sachen, die können wir nicht ändern. Es ist das 37. Festival, das wir hier oben feiern. Und ich glaube, wir sind alle einer Meinung, es sollte nicht das Letzte sein und es wird nicht das Letzte sein. Das 37. Festival sollte man aber auch mal nutzen. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht gar nicht, aber in diesem Jahr ist ein Mann gestorben, dem wir eigentlich dieses Festival verdanken. Das ist nämlich der Karl der Norm. Das war mein Vor-Vor-Vorgänger im Sozialnetzenat. Eigentlich ein konservativer Sozialpolitiker, dem eigentlich solche manche Ideen, bei dem oben oben gar nicht so grün waren am Anfang. Der auch ein bisschen am Anfang sehr skeptisch war. Also es war keiner. Der ist immer eine Krawatte hier rumgelaufen im Anzug. Das ist ein bisschen aufgefallen natürlich. Aber entscheidend war, er hat am Ende kapiert, was das für diese Stadt bedeutet, hat dieses Festival etabliert, hat es durchgesetzt und wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre das Festival heute nicht mehr. Und jetzt kennt ihr ihn, die er nicht kennt, die Meinser kennen ihn. Und wir sollten mal an ihn bedenken heute. Und vielleicht guckt er von oben runter und sagt, ich frage dir gute Sache, dieses Festival. Und da wäre ja auch was wert. Mein Dank gilt zwei Parteien. Und das Festival ist ja hier basisdemokratisch organisiert. Wir haben eine freie Projektgruppe, die bestimmt für das Programm. Wir in der Stadt und im Jugendamt können ja sagen, wenn ich sage, das Programm war nichts, wir haben gar nichts zu tun. Das macht die Projektgruppe. Die machen das wirklich frei. Und ich muss ihnen ein ausbrochenes Lob in diesem Jahr aussprechen. Also selbst ich, der ja ein bisschen andere Geschmack hat manchmal als Generation hinter mir, fand das Programm wirklich absolut geil. Das war wirklich schön. Das Thema war gut gesetzt. Es war unheimlich gut auch inhaltlich gefüllt. Und dass wir dann auch musikalische Höhebungen haben, das war eine wunderbare Zugabe. Und deshalb vielen herzlichen Dank an die Projektgruppe. Die sollen autonom bleiben. Applaus